Freuen Sie sich auf den Kreativ- und Designmarkt am Samstag 25. und Sonntag 26. März, jeweils von 10 bis 17 Uhr in der Kitzmantelfabrik Forchdorf. 60 nationale und internationale Teilnehmer präsentieren Trendiges, Upcycling und Kunsthandwerk. Und am Samstag gibt's ein Kinderprogramm mit Jonglina. Kreativ- und Designmarkt in Forchdorf. Weitersagen und vorbeischauen.